Gerade habe ich im Internet gehört, dass von der Leyen 3 Billionen, also 3000 Milliarden Euro, für ganz Europa vorgesehen hat. Ich habe allerdings jetzt gerade nicht gehört, für wie viele Jahrzehnte oder Jahre dieses gedacht ist. Für alle Staaten Europas zusammen ist das wahrscheinlich auch erstens viel zu wenig und zweitens will ich heute mal ganz kurz darauf eingehen, dass auch die 900 Milliarden Euro für Deutschland innerhalb von sieben Jahren der Scientists for Future 2 nichts bedeuten würden. Das Geld alleine bringt nichts. Es muss gleichzeitig erzeugt werden, das Geld muss generiert werden durch die schrittweise Beendigung des Kapitalismus, durch den schrittweisen Ausstieg aus dem Kapitalismus sozusagen. Denn auch wenn wir die 900 Milliarden irgendwo anders herbekommen würden für den Klimaschutz, Was haben wir denn davon? Wozu soll man denn monatelang streiken und demonstrieren, wenn man am Ende immer noch den Kapitalismus hat? Mit einer Masse an Selbstmorden in Deutschland. Wenn wir in Deutschland Übergewicht und Krankheiten bei jungen Menschen massenweise haben. Wenn wir sozusagen statt mit 127 zu sterben, wie Professor von Sven Völpel sagt, unser Naturzustand sozusagen schon mit 87 sterben und mit 47 schon alle chronisch krank sind. Also wenn wir den Kapitalismus belassen und die Krankheitsförderung, die im Kapitalismus steckt, die Kriegsförderung, die im Kapitalismus steckt, was haben wir gewonnen, wenn wir nur das Klima gerettet haben und der Kapitalismus weiterhin alles auf der Erde verträgt, vergiftet, die Menschen überall immer häufiger krank werden und sozusagen zwar in den letzten Jahren manchmal älter geworden sind in manchen Ländern, aber sie sind gleichzeitig immer kränker geworden, denn man kann natürlich mit Hightech-Medizin auch kränkliche Leute länger leben lassen. Das ist aber kein Fortschritt. Genauso in den USA sozusagen haben wir einen Rückgang. In einigen Bundesstaaten sind die Leute mittlerweile durch das krankmachende Essen, das Kapitalismus schon so zerstört, dass ihre Sterbezeitpunkt sich wieder Richtung 70 bewegt. Also in den USA geht es schon rückwärts und wenn es in den USA rückwärts geht, wird es auch bei uns bald rückwärts gehen und wir werden dann vielleicht irgendwann mit 70 oder wieder mit 65 sterben, weil der Kapitalismus eben alles vergiftet, verträgt und zerstört. Also, so viel für heute. Geld alleine. Die Scientists for Future 2 würden niemals sagen, es bringt was, wenn wir irgendwoher jetzt 900 Milliarden geschenkt bekämen und für den Klimaschutz was machen würden. Das wäre langfristig relativ uninteressant. Wichtig ist, den Kapitalismus beenden, den schrittweisen, durch die sanften Zwischenschritte, den schrittweisen Ausstieg, schnellstmöglichsten Ausstieg aus dem Kapitalismus, dann werden wir alle Probleme lösen können. Denn der Kapitalismus ist die einzige Ursache für alle Menschheitsprobleme zusammen. Und dann können wir gleich alle anderen Probleme mitlösen. Ja, also, googelt, wo ist es? Im Moment, wie immer, googelt ihr einfach hier, entweder macht ihr die Kurzversion Scientists for Future oder ihr googelt gleich den ganzen langen Namen, Scientists for Future 2 Initiative Weltrad, rechte Maustaste, Google. Ja, und jetzt habt ihr hier viele Infos und könnt an der dritten Stelle auch gleich auf die Homepage. Ja, so, also, liebe Leute, Fridays for Future, der ganze Streik, alles lohnt sich nur, wenn wir den Kapitalismus beenden und damit die Ursache aller Menschheitsprobleme gleich auf einmal beheben und damit endgültig die richtige Lösung haben. Und dieses, wie man das richtig macht, das können leider auf der Welt nur die 24 Professoren der Scientists for Future 2. Tschüssi, bis bald!